Und dann gleich wieder, falls was spannendes passiert, drücke ich schnell auf die Taste Okay, ich halte mich jetzt fest, Mukha sieht die erste Leiche und ich nehme mich wieder auf So, ich bin genau, ähm, überhalb der Leiche, das war glaube ich die, die wir angeguckt haben Ist das blaue Auto weg? Ich möchte jetzt echt umgehen, guck mal, sonst muss ich, äh, okay, ich sehe die Schienen, ich sehe den Sniper, ich sehe den Sniper, oh mein Gott, ich komme von hinten und fick den Ist der im Ernst noch da? Das gibt's doch gar nicht Ja, der ist noch da und ich bin genau hinter dem Oh Gott Ja, geht's wie Er hat Ernst auf einer Snidebiler sogar Peter möchtest du vielleicht Krach machen, damit Mukha ein bisschen Ruhe hat? Hab wohl Wenn du mal so einen Schuss abgeben könntest du? Genau, ich schieße mal ein, zwei Schüsse Okay, dann mache ich das Am besten gegen die Wand oder so, ist sehr laut dann Auf die Straße, auf die Straße ist auch gut Hast du schon geschossen? Ja, ich habe schon zwei Schüsse abgesetzt Okay, ich laufe jetzt einfach um näher zu denen Im Revolver und ich glaube, jetzt kommen Zombies hier hoch Kannst du noch ein bisschen mehr schießen? Du willst mich verarschen, jetzt werden mich gleich die Zombies wahrscheinlich ficken Ich sehe den erst so wie Fuck, ich bin hinter dem, er läuft, er läuft Okay, er bewegt sich Vielleicht hätte ich nie schießen sollen Nee, 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 das ist perfekt, er hat mit dem er Ich bin 20 Meter hinter dem Ach, scheiße, ich muss nochmal schießen Schieß ruhig ein bisschen mehr Wenn der jetzt in die Tanne mit eingeht, dann habe ich einen deutlichsten Vorteil Ja? Okay, ich würde schießen, da schießt Das war ich Ja, perfekt, perfekt, geht doch Kaue dich zusammen, Peter Kacke, der läuft jetzt über ein Feld Scheiße Blöde Idee mit dem Schießen Der hat mich nicht gesehen Jetzt kommen hier ganz viele Zombies hoch und ich... oh Gott Peter, Walte deines Amtes Vielleicht findest du eine Granate, oder so Heiße, der läuft wieder rückwärts Und ich häng im Busch einfach einen Meter neben denen Und der hat mich noch nicht gesehen Ist gut Geht die du auf deine alte Position Genau, schieß, schieß, schieß bitte weiter Oh mein Gott Ich muss schießen Sehr gut Okay, da kommt noch ein Auto entlang gefahren Ach, der Schleif Eines der neuen Und der Sniper läuft auf das Auto zu Das Auto ist ja direkt neben mir hier Ja Scheiße, das Sniper ist ein Meter vor mir losgelaufen Das gibt es nicht Werd Lack Ist er jetzt im Auto drin? Ne, der läuft jetzt auf den SUV zu Okay Das Auto ist jetzt neben dem SUV Und der läuft auf das Auto zu Die sind ausgestiegen, die sind ausgestiegen Die wollen mich jetzt hier holen Ich sage dir Okay Ja, sie sind auf jeden Fall Die gehen in die Häuser da rein Ich versuche die eine Leiche zu looten Die hier noch Ihr seht schon das Schiff Ich bin auch gleich da Die schießen Okay Arschbaden zusammen, Kneif Peter Ich weiß nicht wie gut meine Pose ist Peter, wenn ich jetzt einen Nachkampf Drei Leichen sind Drei Leichen sind hier Ganz einfach hart auf irgendeinen Eingang campen, Peter Du, du scheiße Das ist echt Die machen das Haus glaube ich kaputt Das Haus, die Textur des Hauses hat sich gerade verändert Ja, das ist egal, sollen die Und hier ist das hier auch Du solltest eigentlich nicht Jetzt habe ich eine rote Kette Komm mit Lok Okay, die haben alle Waffen weggenommen Das Auto fährt wieder, ne? Ja, ich frage mal ganz im Vorbild Der SUV fährt Buka, äh, die Leichen die auf der Straße lagen oder so Haben die noch irgendwelche Waffen dabei gehabt? Ich bin da gerade mitten in den Leichen Okay, aber du bist mitten auf dem Feld dann? Ja, und die fahren gerade mit den Autos vorbei Also in welche Richtung? Weiß noch nicht, ich würde zu sagen Sag einfach Bescheid sobald ich mehr warst Ich glaube, die haben eine Rauchgranate ins Haus geworfen Also ich... Wow, was war das? Granaten werfen die jetzt Okay, die fahren die Autos wieder dahin Das war eine DMR Wo kam die denn jetzt her? Du lebst noch, ja? Ja, ich lebe noch Okay, äh, DMR ist genau auf deiner Seite noch Anscheinend noch jemand Alles, äh Alle Waffen sind hier weg Wenn du eine andere Seite meinst Wo meinst du soll er sein? Wo wir weiterfahren würden theoretisch Okay Ich bin nämlich jetzt an diesen roten Metal Compound Ist da irgendjemand? Hast du da einen gespottet? Ne, ähm, Leichen sind alle weg Die Leichen, also die sind da, aber keine Waffe Die Waffen sind alle weggenommen So, das... der SUV fährt jetzt wieder auf die Stadt zu Ich geh jetzt mal und such mal den Sniper, der eben wieder geschossen hat Der SUV, der fährt die ganze Zeit bei dir da unten entlang Hm, ich versuche mal zu unseren alten Leichen zu kommen, Peter Vielleicht haben wir ja Glück Und da liegt vielleicht noch irgendwo eine Waffe rum Das gibt's nicht Bei Sekunden vorher hätte ich im Headshot geben können Ich hätte nicht schießen dürfen am Anfang, ohne Scheiß Ne, ne, ne Das hat damit, glaub ich, nichts zu tun Das war, äh, da ist nämlich das Auto angekommen Und damit haben die den SUV repaired Die sind, äh, mit einem Reifen anscheinend angekommen Wir haben gleichzeitig repaired Ich muss mal schauen, dass ich einen Sniper finde Wer hier läuft 15 Minuten Server restart Kein Problem Ich seh ihn, ne, ich seh keinen Sniper Siehst du noch die Autos da? Ne, ich seh niemanden Ich guck nur auf den Eingang, wir sind bescheuerten Okay, ich seh nämlich hier Zombies, die hier weggefahren, laufen sind von der Stadt Vielleicht ist das, hat der Sniper die da abgefangen Ich lauf übrigens grad durch den Containerwald, ne Und, äh, guck, ob ich die leicht finde Meine alte Leiche Ich weiß, dass ein DMR-Schützer ist zu den Autos gelaufen Ich weiß nicht, ob der eingestiegen ist Kannst aber vermuten, dass der, ähm Moment, siehst du was? Ähm, dass der im Haus neben dir So sah das aus, als ob der ins Haus neben dir reingelaufen ist Ich weiß nicht, ob der da mit Zombies abhängen wollte Oder ob der da einfach neben dir im Haus kennt Beides möglich So Bin ich hier angekommen, wo ich sein wollte Ich weiß, dass wir erstmal Sniper suchen Das ist so ärgerlich, dass der eine Sniper da weggekommen ist, war? Der hat er die ganze Zeit Und dann... Ich war schon 20 Meter hinter dem, ne Und dann... Okay, da hinten ist ein Zombies Es wird dunkel, oder? Scheiße Ja, es wird dunkel Boah, ein Leiche ist noch da Mit G36 Was ich noch nicht, ehrlich gesagt, da waren so viele Zombies gerade Habe ich nicht getraut, richtig zu gucken, ob da noch loot ist oder nicht Von hier aus hat eben der DMR Schütze geschossen Bist du jetzt... Achso, bist du jetzt auf der anderen Seite, okay Genau, ich bin jetzt genau auf der anderen Seite von der Aussicht gekommen bin Hier scheint noch einer zu sein Oh Scheiße Keine G36 Nee, Zombies ganz ganz viele irgendwo noch zu sein Nee, keine G36 Keine Waffe, überhaupt Gar nichts Brennst du durch den Wald, Muka? Genau, das bin ich Okay, alles klar Siehst du hier, irgendwo muss einer sein Wahrscheinlich von dir aus gesehen links von mir Da ist ein Baum bei mir vor Da sind die ganzen Zombies in Wald Weil es letztes die DMR Schüsse herkommt Ach Gott, verdammt Bist du jetzt in der Tanne? Genau, das bin ich Oh, das kann ich ganz schön gut sehen So kommen wir mit dem Fernglas Weil ich gerade eben gelootete Ich bin ja in dem, von dir aus gesehen, äußersten Eckhaus Richtung Berg von der Stadt Da bin ich drin Aber links von dir kann ich nicht in den Wald gucken, weil da bei mir genauso ein Laubbaum vorsteht Dann schau ich so einfach mal Sind die Autos eigentlich noch da? Ne, ich weiß nicht Ich meine die sind weggefahren Weil die Zombies, äh, stand auch so, als ob da jemand aus der Stadt rausgefahren ist Ja, das ist ja auch zu gefährlich, glaube ich, da zu kämpfen Die haben sich wahrscheinlich alles genommen und sind dann abgehauen einfach Der SUV ist auch weg, nehme ich an Ja, ich sehe aber noch eine Leiche hier, muss ich sagen Von hier aus sehe ich noch eine Leiche, das ist keiner von uns, glaube ich Darf gerade in die Stadt hinein? Peter, ich lauf jetzt mal auf dich zu, ja? Von wo aus gesehen? Äh, von da, wo ich eben war Vielleicht noch eine Leiche, ich... Irgendwann was dabei hätte haben können Das sehe ich nicht Ich schlägt PKD Wir will ihn, okay, das könnte Daniels Leiche sein Ja, das ist meine Leiche, ganz genau Bei dem nun alle Waffen hat er genommen Ich hatte keine Waffe dabei Ja, der... Ich bin bei dir unten im Haus Das ist eine von den Häusern Ja, du hörst mich hier oben, ne? Ja, du hörst mich hier oben, ne? Ihr seid jetzt in den Eckhäusern Ich bin hier in einem so'n Haus drin Ich hör dich tatsächlich nicht Bist du in einem Eckhäusern, äh, Peter? Ich bin in einem Eckhäusern, ja Okay Ich glaube, dann gehe ich jetzt in dein Haus rein Ich bewege mich auch gerade Ich bin jetzt hier oben in so'n Haus drin, ne? Da hat ein Bärenfotz auf Okay Ich glaube, das das Haus ist, in dem du gerade bist Dann hätte ich dich, glaube ich, gehört Dann ist das vermutlich nicht das Haus Kacke, ich war 10 Sekunden zu langsam, Peter Ja, ist auch scheiße Ja, du bist in dem Haus mir gegenüber Da bist du drin, oben Alles klar Okay Jetzt kommst du in mein Haus Okay Guck nochmal, ob ich hier eigentlich eine Waffe finde oder sowas Gott, ich ärgere mich, ich glaube ich... Das Haus ist stark lediert hier, heilige Scheiße Naja, richtig Das war von jetzt auf gleich War echt creepy, ohne Scheiß Jetzt ist es wieder ganz, wollt ihr mich verarschen? Lol Er hat nichts gemacht Er hat nur eine Waffe gelootet, die hier oben lag Guck mal, wo ich da bin Repair Script Naja, Haus Repair Script Scheiße Richtig Scheiße Tja, der Kampf ist für uns natürlich echt ungünstig geendet Ja, kann man sagen Aber gehört dazu Wir haben die bessere Position gehabt Hätten wir auch nicht wirklich viel mehr machen können Aber hier sind Alice-Packs und alles Erinnern wir das? Kommt vorbei, schnappt euch Alice-Packs Hab schon Alice-Pack Und alle Tools Alle Tools, wo bist'n du? Da, wo hier rausgeschossen wurden Auf der Straße Ich muss schießen Hm Wieso sehe ich denn unsere Leichen, äh Die Leichen hier nicht, müssten die nicht hier auf der Straße sein? Ah ne Nö, nö, noch ein bisschen weiter Ah, das war echt lucky, dass er uns hier getroffen hat, ey Unfassbar Aber hallo Meine Güte, ey Da sehe ich euch bei Und wo liegt der Typ mit den Alice-Pack? Ah, da sehe ich dich Hier genau hinter mir Hört ihr das? Oder bin ich mal so ein? Ein leichtes Grollen, vielleicht was draußen donnern oder so Na gut Wie da vorne immer noch die Zombies Wo der letzte Schuss herkommt Von dem R-Schützen Ich guck da schon die ganze Zeit hin Und ich seh da nix Das hab ich gehört Naja Ich hab Gott geschossen Ach Gott, ey Gehört dazu, macht nix Wir können uns ja schon mal den Platz angucken Wenn wir schon hier sind Nö, mir geht es darum, dass das gerade hier so ein Zombie ist, der die ganze Zeit rumtwitscht Und ich hier nicht anklicken kann Okay Hier ist noch ein Krankenhaus Nö, der ist kein Krankenhaus Ich lüge das mal in der Zeit, während die euch geklickt Ist kein Krankenhaus? Nö, nö Ich lüge das mal in der Zeit